Oh Mensch, wenn man jetzt hier so Dinge hätte, du, man wüsste überhaupt nicht mehr, wo man jetzt anfängt zu fressen, hier, du, wo fängt man da jetzt, ah, das darf doch nicht wahr sein, hier, da hast du hier eine Fleischkappel, hier, für so lecker Dinge, du, ich weiß gar nicht, wo man das immer am Traum aufgetaucht ist, das Ding, hier, das hat auch schon, Hier, gut, hier, du, hier, wenn du jetzt so Dinge hättest, du weißt doch gar nicht mehr, wo du anfängst, jetzt zu essen, hier, hier, da hast du so lecker Dinge im Kopf, hier, du, und, was findest du, hier, Mistkabel oder Fleischkabel, hier, du, Gabel, hier, und außerdem hier, die hat doch schon alle benutzt, hier im Traum, Hier, das darf doch nicht wahr sein, hier, 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 ein Kerl, du, hier, du weißt nicht, wo du das Ding hinstecken sollst, hier, willst du da, ist da, wo du da, hier, hier, hier ist nicht mal jemand da drin, wie schön sauer da, ah, am Geschmackler, hm, na, so leckeres Ding hier, hm, Da sind ja so nüsst drin, du, so Kapanosienüsse, das bleibt ja alles im Hals schick, wieso, da leckt mich doch, du, da, bei, hm, Kelle, 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 so schmeckt er ganz cool. Ein Gude jetzt hier, du. Ja, stell dir mal vor, hier. Man hat's hier von so'n geilen Dingen hier geträumt, hier du. ist jetzt hier fressen und was findest du hier so komisch misskappel hier so fleischkappel hier und hier die hat acht schon alle verwendet das darf doch nicht wahr sein hier gut hier stell dir mal vor du hast dir so dinge hier da hast du von der grotter träumt hier und jetzt steht es vor dir und jetzt was findest du hier so alle misskappel hier so fleischkappel hier und irgendeiner hat doch auch schon rumgefressiert also stef netvanzi hier